Hallo, herzlich willkommen zu E-Learning Kraftfahrzeugtechnik mit Gerald Schneehage. Heute wollen wir uns mal verschiedene Common Rail Injektoren anschauen und wie wir diese unterscheiden können. Hier haben wir zunächst erstmal einen Magnetventilinjektor, der dort seitlich den Zulauf hat, den Kraftstoffzulauf vom Rail aus kommt. Hier oben ist die Magnetspule und mittig auf der Magnetspule verbaut der Rücklaufanschluss, dort seitlich die Anschlusskontaktierung und dann haben wir unten unsere Düse, die in den Brennraum hineinragt und den Kraftstoff in den Brennraum einspritzt. Die Magnetventilinjektoren können wir daran erkennen, im Pkw-Bereich haben sie alle den Rücklaufanschluss oben mittig auf der Magnetspule. Bei den Pirzo-Injektoren sieht es etwas anders aus. Bei dem Pirzo-Injektor hier von Bosch haben wir letztendlich oben mittig den Kraftstoffzulauf. Das ist also hier unser Kraftstoffzulauf vom Rail aus kommt. Dort ist die Anschlusskontaktierung und dort außermittig versetzt der Rücklaufanschluss, der dann zum Kraftstoffsystem zurückgeht. Hier ist das Pirzo-Element in den Injektor integriert und im unteren Bereich sehen wir dann wieder unsere Einspritzdüse, die in den Brennraum hineinragt und den Kraftstoff in den Brennraum einspritzt. Wir haben dann hier noch eine Variante Common Rail Injektor von Siemens VDO und bei der Variante von Siemens VDO haben wir auch wieder seitlich angebracht, unseren Kraftstoffzulauf vom Rail aus kommt. Dann haben wir hier die Anschlusskontaktierung und das Pirzo-Element, was oben auf dem Injektor verschraubt ist. Dort seitlich befindet sich auch wiederum der Rücklaufanschluss. Das heißt also, im Pkw-Bereich erkennen wir die Common Rail Injektoren grundsätzlich daran, die Pirzo Common Rail Injektoren grundsätzlich daran, dass der Rücklaufanschluss seitlich ist. Und das hier ist nochmal ein Common Rail Injektor von der Firma Delphi. Der hat gar keinen Rücklauf, der hat nur einen Kraftstoffzulauf hier vom Rail aus kommt, dort die Anschlusskontaktierung und einen Rücklaufanschluss hat er nicht. Diese Injektoren wurden leider alle ausgetauscht. Eine famose Entwicklung, aber sie hat sich halt nicht durchsetzen können. In den folgenden Videos werde ich die Injektoren zerlegen und Ihnen den Aufbau und die Funktion der einzelnen Injektoren genauestens erklären. Bis dahin viel Spaß mit eLearning Kraftfahrzeugtechnik.